Hallo, hier spricht Commander Dagen. Das Russlischwein und meine Wenigkeit präsentieren heute ein Unboxing-Video zu der zweiten Auflage des Footlockers. Das ist die neunte Erweiterung zu dem Warfighter modernen Kartenspiel. Diese Erweiterung ist 2015 bei den Wörsen Games erschienen. Achtung, die Zweitauflage des Footlockers unterscheidet sich inhaltlich von der ersten Auflage. Statt 120 sind jetzt nur noch 56 Karten enthalten, statt einem sind jetzt zwei Counterschieds enthalten und die Erstauflage hat ja noch ein Mounted Tactical Display und ein Regelwerk. Beide Sachen sind in der Zweitauflage nicht mehr enthalten. Die drei Reihen im Footlocker bieten genügend Platz für mindestens 1000 gesleevede Warfighter-Karten. Zwei doppelseitige Counterschieds mit 176 Countern beinhalten hauptsächlich Munitions-Counter. Es sind allerdings auch noch sechs Nacht-Missions-Counter dazugekommen, sowie 32 Counter, die Zustandsänderungen wie zum Beispiel Angriffsbonus oder Bewegungsbonus darstellen. Das doppelseitige Footlocker-Regelübersichtsblatt erklärt in erster Linie die neuen Nachtkampfregeln. Außerdem enthält der Footlocker ein 16-seitiges Heft mit insgesamt 21 neuen Szenarien. Die neuen mitgelieferten Plastiktrenner können zur Trennung der unterschiedlichen Kartentypen verwendet werden. Die 17 Location-Marker-Karten werden statt der Location-Karten in das Action-Deck hineingemischt. Die Location-Karten bieten künftig einen eigenen Stapel. Der Footlocker enthält je zwei Mission-Karten und Objective-Karten für nächtliche Missionen im Nahen Osten. Sechs Nacht-Ausrüstungskarten erleichtern die neuen Missionen. Für Nacht-Missionen im Nahen Osten gibt es acht spezielle Location-Karten. Speziell für Nachtkämpfe gibt es ein neues Insurgent Hostile-Deck für den Nahen Osten. Die 21 Karten dieses Decks sind doppelseitig bedruckt. Das war das Unboxing-Video zu der zweiten Auflage der neunten Erweiterung Footlocker des Kartenspiels Warfighter Modern von den Wörsen Games. Das Rüsselschwein und ich bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Das Rüsselschwein und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.